Ich hab dich lieb, mein Peter. Du wirst mich wiedersehen. In dieser Welt. Oder einer anderen. Er ist der Pirat, den alle Piraten fürchten. Blackbeard! Willkommen in Neverland! Mein Name ist James Hook. Ich will dir das Leben retten. Ich habe auf dich gewartet, Peter. Es steht geschrieben, bei deiner Wiederkehr werden wir uns gegen die Piraten vereinen. Auf die Knie. Ich werde dir nie Folge leisten. Eine alte Prophezeiung spricht von einem Jungen. Der einen Aufstand gegen mich anführt. Einem Jungen, der fliegen kann. Er ist nicht unser Feind. Er ist nicht unser Feind. Er ist nicht unser Feind. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.